Guten Tag. Vielleicht haben Sie ja einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Bernd Bukowski. Den meisten bin ich aber bekannt als der Junge von der Kinderschokolade. Sie wissen schon, immer fröhlich, immer nett. Arnungsbeißer! Seit 35 Jahren immer höflich und nett. Und niemand interessiert sich dafür, wie es mir tief im Innern geht. Das kann man nur sein. Vielleicht geht's mir ja nicht so gut. Vielleicht leide ich ja unter Depressionen, weil diese scheiß Schokoladenfirma mein Leben zerstört hat. Meinen Sie, es ist toll, was ich hier mache? Wohl mal! Wohl mal, Loch! Vielleicht wollen Sie mal hier drauf gedruckt sein und immer lachen müssen. Dann könnte ich nämlich mal Pause machen und vielleicht mal ein ganz normales Leben führen. Endlich mal ficken! Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Ficken! Denken Sie, nur weil man meinen Unterkörper nicht sieht, dass ich deswegen keinen habe? Scheiße! Fick deinen Vater und deine Mutter! Ich habe so eine dicken Kinderüberraschungseier da unten. Das glauben Sie gar nicht. Und Tourette habe ich auch noch. Verlauster Hurenjunge! Hallo? Hören Sie mir überhaupt zu? Ich will hier weg. Es gäbe doch viel bessere Gesichter als mich. Aber das sind nur Träume. Ich werde immer hier drauf sein. Bis die doofen Kinder endlich aufhören, diese verkackte Schokolade zu essen. Scheiße, Keulen, Rettalkerze. Kommt, ihr lieben Kinder, kommt schön her. Ja, greift euch ein Riegelchen und dann erstickt daran. Scheiß Arschlöcher! Eselslutscher! Ich hasse euch! Ich hasse euch Entschuldigung Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Für mein jämmerliches Dasein Vergessen Sie bitte einfach niemals Ich bin ein Mensch und ich leide Keutalausfluss, Wichsbirne, Ficken, Hitler, Kampfwixen Vulver, Mörder, Blas mich, Hure, Handapparat, Mösenausweis Verdammte Hühnervulver, Anuslecker, Pimmelsack Danke sehr und auf Wiedersehen